Brennpunkte 975 Ein gewaltiger Wolkenbruch ergoss sich am 23. Juni auf unsere Stadt. Ein Unwetter, wie es sich seit 1933 nicht wiederholte. Schon nach kürzester Zeit konnten die Kanäle die Unmassen von Wasser nicht mehr fassen. Wilde, reißende Fluten überschwemmten die Straßen. Der gesamte Verkehr kam zum Erliegen. Katastrophenalarm. Diese Aufnahmen zeigen an einigen Stellen das Chaos unmittelbar nach dem Unwetter. Der gesamte Verkehr kam zum Erliegen. Der gesamte Verkehr kam. Durch diesen Verkehr kam. Der gesamte Verkehr kam. Die Schrecken des Grauens Die Schrecken des Grauens wie hier am Friedhof und der Sarresdorer Straße bezeugen das Ausmaß der Katastrophe. Die Schrecken des Grauens wie hier am Friedhof und der Sarresdorer Straße bezeugen das Ausmaß der Katastrophe. Die Schrecken des Grauens wie hier am Friedhof und der Sarresdorer Straße bezeugen das Ausmaß der Katastrophe. Die Schrecken des Grauens